Hallo zu einem neuen Video. Absolute und relative Zellbezüge sind Wissensgrundbausteine, um in Excel effektiv zu arbeiten. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonniert, damit ich noch mehr Videos dir anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Sehen wir uns eingangs nun den Unterschied zwischen relativen und absoluten Bezügen näher an. Es gibt wie gesagt zwei Arten von Bezügen, relativ und absolut, und diese verhalten sich unterschiedlich, wenn sie in andere Zellen kopiert und gefüllt werden. Relative Verweise ändern sich, wenn eine Formel in eine andere Zelle kopiert wird. Absolute Referenzen hingegen bleiben konstant, unabhängig davon, wo sie kopiert werden. Sehen wir uns das nun an einem Beispiel praktisch an und zwar mit den relativen Bezügen. Standardmäßig sind alle Zellbezüge relative Bezüge. Damit meine ich in diesem Beispiel, wo ich eine Multiplikation aus Preis und Menge durchführen möchte, führe ich diese mit einem ist gleich, selektiere die Zelle G9 und multipliziere diese mit der Zelle H9. Das entspricht ein relativer Bezug. Wenn ich nun auf Eingabetaste bestätige, erhalte ich nun den entsprechenden Betrag. Und wie man sehen kann, wenn ich nun diese Formel G9 mal H9 auf die anderen Zeilen anwende, so werden diese entsprechend verschoben und erhalte die Formel angepasst auf die jeweilige Zeile. Das ist sozusagen nun ein relativer Bezug. Die gleiche Vorgehensweise kann auch in Spalten angewendet werden. In diesem Fall habe ich diese in den Zeilen angewendet. Sehen wir uns nun absolute Bezüge an. Im Gegensatz zu relativen Referenzen ändern sich absolute Referenzen beim Kopieren oder Füllen nicht. Man kann einen absoluten Bezug verwenden, um eine Zeile oder Spalte konstant zu halten. Ich führe das wie folgt, indem ich eine Gesamtsumme von den Umsätzen hier angebe und als nächstes möchte ich wissen, wieviel Zeile nun der entsprechende Umsatz vom Gesamtumsatz ausmacht. Sozusagen den prozentualen Anteil. Hierzu gehe ich wiederum in den Eingabemodus, selektiere meine entsprechende Zelle und möchte nun den Anteil von der Gesamtsumme ermitteln. Wenn ich das ohne eine absoluten Referenz durchführe, erhalte ich zwar im ersten Ergebnis ein korrektes Ergebnis. Wenn ich aber nun diese auf die anderen Zeilen anwenden möchte, erhalte ich nun einen Fehler, dass sich nun auch die Gesamtsumme verschiebt. Aus diesem Grund gibt es einen absoluten Bezug. Dieser wird durchgeführt mit einem Dollarzeichen und bezieht sich sozusagen auf $i und $14 auf diese Zeile Korrektur. Wenn ich nun das wiederum ausführe, erhalte ich nun entsprechend die Formel angepasst auf die Zeile, jedoch nicht auf die Gesamtsumme. Diese bleibt fixiert auf $i14. Wie ihr seht, kann so zwischen relativen und absoluten Referenzen unterschieden werden bzw. auch angewendet werden. Darüber hinaus gibt es auch noch einen gemischten Zellbezug. Und zwar wie hier angeführt, betrifft das Beispiel die Zelle A1. Ohne einen Dollarzeichen entspricht das einem relativen Bezug. Wenn die Dollarzeichen angeführt sind, sowohl in der Spalte als auch in der Zeile, dann spricht man von einem absoluten Bezug. Und man kann diese auch, wie gesagt, nur auf eine Spalte oder auf eine Zeile entsprechend anwenden, indem man das Dollarzeichen vorgibt oder zur Zeile angibt. Sehen wir uns auch dazu ein Beispiel an. Hier ist in den Zeilen ein Preis angegeben und hier in den Spalten der entsprechende Umsatz. Möchte ich nun diese Tabelle automatisiert bzw. mit der Formel entsprechend angepasst erstellen. Somit muss ich auf einen gemischten Bezug die Formel erstellen. Und zwar wie hier habe ich nun einen gemischten Bezug auf den Zeilenbereich. Und zwar möchte ich hier nur die Spalte B fixieren. Da sich sozusagen beim Herunterziehen der Formel die Zeile verändern kann, deshalb ist kein Dollarzeichen in der Zeile. Dahingehend ist in der Spalte das Dollarzeichen auf die Zeile fixiert und nicht auf den Spalten. Weshalb? Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir eine Zelle nach rechts gehen, dann wird hier entsprechend die Zeile beibehalten. Jedoch die Spalte verändert sich auf D und somit kann auch dann für die restlichen Zellen diese analog automatisiert durchgeführt werden. Wenn ich diese hier lösche, kann ich mir sehr viel Zeit durch eine überlegte Anwendung der gemischten Zellbezüge mir ersparen. Ein weiterer wichtiger Tipp ist das Umschalten zwischen relativen und absoluten Referenzen. Das möchte ich hier kurz vorzeigen und zwar gehen wir davon aus, es wäre ein relativer Bezug. So kann ich die gesamte Formel und mit der Taste F4 entsprechend auf einen absoluten Zellbezug umschalten. Ich kann aber auch einen gemischten Zellbezug erstellen, indem ich ein weiteres Mal auf die Taste F4 drücke, wie auch hier. Somit kann man mit der Taste F4 entsprechend die Formel auf unterschiedlichsten bzw. gemischten Zellbezügen umschalten. Wie ihr seht, könnt ihr damit in Excel effektiver arbeiten, wenn ihr das anwenden von den Zellbezügen, ob es absolut relativ oder auch ein gemischter Bezug sein soll, eine Menge Zeit ersparen. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu helfen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.